Pumpkinmon, Pumpkinmon, kennst du schon, mein Pumpkinmon und mein Prinz Mammimon? Alles Klärchen, was, äh, was willst du denn lernen? Komm, Höllenzerstörer 1 muss weg. Große Herausforderung, Nummer 6. Schwubbibubbubbub. Nach den ganzen Strapazen gegen diese Dämonenkönige, muss ich sagen, ist das sehr, sehr angenehm. Du hattest, äh, da hattest du dir ja richtig schön etwas eingebrockt. Ruhe dich jetzt aus und das hast du dir verdient. Galantmon fehlt noch, ne? Multiheilung, DX. Du musst ziemlich stolz auf dich sein. Ich habe noch mehr Herausforderungen für dich. Kannst du die hier besiegen? Wir müssen noch gegen Omnimon und Galantmon kämpfen. Ich wette, das ist der Kampf. Ich gehe mal gerade zurück. Denn wir können digitieren. Hoffe ich. Okuva Mountain. Vergess, was ich gesagt habe. Du kannst nicht digitieren. 180 Angriff, Geschwindigkeit 130? Oh. Oh. Ähm. Pumpkinmon, was... Was habe ich eigentlich... Du hast 61 Fähigkeiten stärker. 36? 38? 54? 54? 34? 34? 36? Ich bin ja schon fast versucht, ne? 51? Du hast Gankomon und Jazzmon besiegt. Gehe als nächstes zum Valhalla-Server. Du wirst nicht enttäuscht werden. Woher kenne ich diese Aussage nur? Walhalla-Server. Wieder in den Fernseher. Wo haben wir denn? Kamishiro, Kowloon, Saxon, Demons, Valhalla-Server. Mal hochsicherheit an hier. Ich bin mir sicher, wir müssen jetzt gegen Omnimon und Galantmon antreten. Das sind nämlich... Das dürften jetzt die Letzten sein. Oh, wir kommen da. Schneller, Galantmon! Schubidu, Schubidu, Schubidubidu, Dupdum. Ja, du, ne? Irgendwie will uns keiner sehen. Irgendwie will uns keiner sehen. Habe ich das Gefühl. Da-di, da-di, da-di. Da-di, da-di. Da-di, da-di. Okay, jetzt aber. Auch nicht. Hm. Die haben alle Angst vor uns. Ich meine, wir haben auch hier einen Royal Knight nach dem anderen Blatt gemacht. Also da ist die Angst natürlich so ein bisschen verständlich. So, jetzt kommt aber. Meine Klingen sind gewetzt. Und Schere natürlich. Klingen und Schere. Bevor ich das vergesse. Sonst wird Omnimon sauer. Und bei den Zangen, da willst du nicht dazwischen hängen. Ach so. Ja, natürlich. Wir machen mal ein Dreierkämpfchen. Ja, also wenn's weiter nix ist. Ach, scheiße. Nehmt's mir nicht übel, aber ich werd hier mal gerade ganz dezent speichern. Ich muss grad. Ah, okay. Läuft. Nee, ich war mir grad unsicher, ob ich das angeschmissen hab. Wär doch schade drum, wenn ich hier jetzt eins sieht nach dem anderen. Warum muss ich denn gegen drei? Als Knight kann ich keine Herausforderung ablehnen. Wahrscheinlich wäre es ehrenvoll, es zu überdenken und zu unterlassen, aber... Wenn du mich herausforderst, zeige ich keine Gnade. Greif mich mit allem an, was du zu bieten hast. Hm. Das hat weh. So, was haben wir denn da? Ähm... Wie viel Schaden mach ich egal an, Mom? Ja, der Schaden ist schon gut. Verdammt. Oh, ist das bitter, ey. Jetzt dürfen die wieder angreifen wie sonst was. Leck mich doch zu Bretter, ey. Und wieder kommt irgendwas hier raus. Ich liebe es so sehr, ne? Mann, lass mich doch auch mal was machen. Hm. Oh, Kinder sein. Ich darf mir hier jetzt was zurechtsuchen. Ähm... Ja, dich da drin zu lassen, wäre reinster Selbstmord. Ähm... Lächelsprengkopf. Ich weiß gar nicht, wen ich angreifen soll. Oh. Alter Schweder. Ich glaub, das kannst du schon direkt neu starten, ne? Die sind eigentlich überhaupt nicht schwer. Ach, komm mal. Hm. Ähm... Ähm... Die Zeitung. Der Typ ist nur am angreifen. Okay, warte mal. Prinz Mamemon tauschen wir mit Magna Dramon. Kerpimon. So. Probieren wir das Ganze mal so. Jetzt greifst du an! Oh, du mieser Kleiner! Oh. Oh, Kinders, ey. Meine Güte. Oh. Oh... Oh, Mann! Das tut verdammt weh. Oh, Mann! Oh, Mann! Hört doch mal auf, Mann. Au. Ja, nix, klar. B. Ja, so viel Leben habt ihr nicht. Jetzt greifst du auch mal an. Finde ich deutlich unpornös von dir, Mann. Da greift er schon wieder an. Nein, wieso lebst du noch? Ey, der Typ, der bombardiert mich mit allem, was er hat. Wirklich, mit allem. Oh, mein Gott, ey. Was ist mit den Augen von Magna Dramon? Ähm. Okay, du belebst erst mal... Kerpimon? Warte, ich hätte doch die Fähne... Shit. Ist mir jetzt egal. Der Typ muss weg. Die ganzen Angriffe von dem gehen wir auf die Nudel. Ja, ne, ist klar. Ja. Jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir unsere Normal-Digimon da wiederkriegen. Damit wir nur noch die Hälfte an Schaden fressen. Oh. Perfekte Wiederbelebung. Heilung. Heilung. Neptunmon. Überlegende Kanone. Au. Uh. Okay, warte mal. Machen wir das Ganze so. Ähm. Ähm. Das ist unschön. Natürlich. Oh, Kinders, ey. Das... Der hältst du doch in der Birne nicht aus. Mein Gott, ey. So. 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 Dass ihr mir jetzt so einen Schaden macht, das finde ich überhaupt nicht lustig. So. So. Eine Wiederbelebungskapsel. Will ich noch auf... Komm, dann beleben wir sie alle wieder. Lebung. Schwupp. Ah. Jetzt wechseln wir aus. Ah, Kusuamon. Kusuamon ist eigentlich egal. Oh. Das sollte jetzt eigentlich nicht so viel Schaden machen. Ich hab die Falschen rausgewechselt. Shit, ich hab die Falschen. Das ist keine gute Idee, Pumpkinmon da drin zu lassen. Klinge des Drachenkönigs. Ja. Du mich auch. So, warte. Jetzt holen wir gerade nochmal Kusuamon zurück. Dann haben wir nämlich alle wieder da. Stimmt Kerpimon. Nee, aber nicht. Okay. Den greifen wir an. Komm, wir machen hier Omimon. Oh Gott. Das macht hier überhaupt keinen Schaden. Giftpfahle vergiftet das Ziel. 70%. Hm. Nimmst du die? Da ist er wieder. Das wird jetzt wehtun. Wie viel macht ihr? Deutlichst mehr als bei Omnimon. Machen wir mal ein Spray. Au, 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 au. Ein himmlisches Urteil. Ach, das trifft ja normal. Prinz Marmemon? Möchen die Bombe? Ganz ehrlich? Ich werde Prinz Marmemon zurück digitieren. Das geht ja mal gar nicht. Heppa! Au, 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 au. Heile mich! Im Maximum! Ich hätte aber nicht gedacht, dass Galantmon hier so einen Angriffsbonus gibt. Dankeschön. Da war es nur noch einer. Letzter heiliger Ritter. Ja, sag mal. Ist das dein Ernst? Nicht. Oh nein, das wird jetzt richtig dübeln. Alter. Sag mal. Willst du mich eigentlich verkack eiern? Der Typ hat doch einen Sockenschuss. Einfach gerade alles gekillt. Alles. Boah, meine Güte. Da ist er wieder. Und jetzt killt er wieder alles. Habt ihr gesehen, wie viel Schaden der macht?